So, Leute, was geht ab? Ähm, ganz kurz Video. Wir versuchen hier ein Easter Egg auf Newtown. Mal gucken, was hinkriegen zu dritt. Ähm, total simpel. Wenn man alle Köpfe abschießt, in weniger als zwei Minuten, dann laufen die halt rum wie Zombies und ja, wir versuchen das jetzt mal. Sieht ganz nice aus. Also, die Figuren da Puppen, keine Ahnung. Juck dir gehen. Und ja. Okay, Wechselteam, Wechselteam, Wechselteam. Okay, jetzt bauen direkt, bauen direkt. Jetzt müssen wir einmal um die... Okay, erstmal da drüben. Nee, dann nicht, nee. Wir brauchen keine Zeit, Digga. Wir haben keine Zeit. Dann starte ich einfach um, Grenzzeit, Mass. Okay. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh oben im Haus und einer geht unten unten. Kommt, kommt wirklich in jeden Gang, damit wir auch alle kriegen, ne? Man macht da unten und hier oben den Lappen. Lass zur Mitte, lass zur Mitte. Direkt. Okay, okay, okay. Ich geh unten lang. Oder hast du schon? Ich geh oben. Oh, die sind alle... So, Jungs, wir haben's geschafft. Oh, wir haben's geschafft. Nice, Mann. Ich hab's noch nie geschafft. Oh, ah! Das sieht echt nice aus. Nein, nicht abschließen, ich abschließen, ich abschließen. Ha, sehr geil. Ey, sieht ultra nice aus. Ey, das müssen wir mal machen und dann haben wir so... Dann haben wir so eine Sniper und Trickshotten, die... Guck mal, guck mal. Ich lass mich jetzt noch töten von denen, okay? Ihr bleibt hier oben. Ah, wir haben kein Interesse. Komm, hier töte mich mal. Guck, das wird als Selbstmord angezeigt, glaub ich. Ja, 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 ist wohl ein Fehler gemacht. Jetzt, Jungs, Multicill, Multicill. Jetzt kommt's. Ich boxe sie jetzt alle. Ah, ich hab Angst, nein! Ah! Hä, das werden immer mehr, das werden immer mehr. Hä, wo spawnen die denn? LOL! Lass mal, lass mal oben aus chillen und die immer töten, damit hier so ein riesen Leichenberg ist, so. Ja, du bist cool. So, wie ihr seht, hat's geklappt. Ihr müsst einfach nur einmal über die ganze Map laufen, ich wissen nicht, ob das nötig war. Auf jeden Fall immer nur mit drei oder zwei Leuten, dann schafft ihr's easy, glaub ich. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Wo spawnen die denn eigentlich immer? Ja. Ist egal. Ja. Schade. Oh, lol. Mal gucken, wenn ich jetzt Dings einsetze. Oh, die, Alter, die werden alle markiert. Das sind 20.000 Zombies, Jungs. Guck, das ist, das ist neue Zombies. Das ist, das Zombies Nuketown. Wir sind Welle 100. Ja, wir sind Welle 100 Jungs. Ja. Oh, ich bin tot. Das wird ja noch... Ja, das machen, ja, das machen, das machen. Ey, komm, wir rennen jetzt die ganze Zeit rum, wir rennen die ganze Zeit rum. Guck mal, wie langsam der ist, Alter. Digga, wie viel hier rumlofen ist richtig und normal. Hä, wo sind die denn alle? Sind die weg? Ja, ne. Wo denn? Lol. Ja, lass mal hier, lass mal hier aufs Bett gehen. Alter, lol. Ja, ok, nice, nice. Hä, woher kommen die denn alle, Alter? Guck mal, die kann sie von oben Schellen geben. Du kannst von oben eine Schelle geben. Jetzt wird kassiert, Jungs. Bam, bam. Guck mal hier. Oh, hat der kassiert, Jungs. Der ist ultrageil, der Easter Egg. Ich sag, nee. So, auf jeden Fall, Jungs, das war's mit dem Video. Ähm, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und, ja, probiert es auf jeden Fall mit euren Freunden aus. Das ist, das ist ultra witzig. Das macht echt Spaß. Wie die hier alle spawnen, wie die alle kommen. Wie gesagt, wir haben sie einmal um die Map gelaufen. Und, sind denn, haben den angefangen. Unter zwei Minuten müsste auf jeden Fall sein. Ob ihr durch die ganze Map laufen müsst, extra dafür. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsst ihr selber ausprobieren. Und viel Spaß auf jeden Fall dabei. Und, ciao. Ciao. Ciao.